Boys & Girls, es ist soweit, wir sind gewechselt. Fußballerisch leider Gottes nicht, aber ProClubs-technisch und zwar zu Delay Sports. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe am Donnerstag zusammen mit Erne, mit Edi, mit Willi und Co. gestreamt. Und zwar ProClubs und wir haben richtig, richtig, richtig coole Dinge da veranstaltet. Wir haben richtig viele Spiele gemacht. Geplant sind zwei Best-Offs, die vielleicht heute und morgen kommen sollten. Wir geben zumindest unser Best-Test, aber davor, wenn ihr euch fragt, ProClubs, seit wann machst du denn das? Eigentlich gar nicht so oft, aber ich hatte einfach mal Bock, was anderes zu machen. Und man muss ganz ehrlich zugeben, die Luft aus FIFA 21 ist ein Stück weit raus. Ich bin mit der RTG durch, da werdet ihr auch noch ein Video sehen. Im Endeffekt, wenn ihr Bock drauf habt, dass man vielleicht sowas öfters mal machen könnte, dann muss ich natürlich nicht auf der Bank sitzen mit dem Kasten, sondern ich muss den Kasten reinnehmen als Bestellungsgeld, das ich dann als LV weiterspielen kann. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Es ist mal was komplett Neues. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns beim Stream. Let's go. Macht's gut, haut rein und abfahrt. Let's go. Denn jetzt geht's um alles. Jetzt machen die Stadt mal rein. Zum allerersten Mal für mich persönlich ProClub. Ganz kurz, ich habe mir vorhin die Statistik angeguckt. Ich bin gespannt. Acht Spiele, zwei Tore hast du geschossen, eine Vorlage. Ich hatte drei Tore, drei Vorlagen. Du musst ein bisschen an deiner eigenen Statistik arbeiten. Los, geh ran. Geh ran ansprechend. Voll last, rein da und los. Wer ist denn jetzt hier? Wer ist nochmal Matt Brown? Matt Brown ist dein und wer ist Nick Luigi? You see me rollen, der Linkin-Beseitiger. Super Name. Super Name, ey. Warte mal, Omit, bevor du auf der Acht spielst, kriegst du einen ganz großen Anteil. Nicht erhebter, komm. Mach einen Abgang. Wer ist das? Oder du spielst auf der Acht. Ja, ich mach das auf der Acht, komm. Ach, ist ja für einige ein Debüt-Spiel. Union, Rot, Weiß. Gar nichts, gar nichts. Die können nichts, die können nichts sehen. Maxi, wie geht's denn, mein Lieber? Best 10, R.D. und ihr. Wir waren in der Urlaub, da habt ihr gehört, die haben einiges getrunken. Ich trinke keinen Alkohol, aber die anderen haben gut gebächert. Ja, definitiv. Hey, Jungs, Konzentration. Konzentration. Ball laufen lassen. Hei, 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 hei. Ja, habe die Ball. Das ist ein Problem, aber ich weiß nicht. Guck mal, hier geht nicht wieder zurück. Geht, habe die Ball. Schön, reinlassen, nochmal schön. Habe die Ball, habe die Ball. Komm, 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 ja, gut gespielt. Ey, was, wir haben noch die Mitte? Hei, 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 hei. Wir müssen ein bisschen zurückfallen lassen. Was? Mittellinie, immer Mittellinie. Ey, gegen das spielen wir hier gerade übrigens, sind das Abonnenten? Jack, Elders. Ich will mich auch. Schön, schön. Guck mal, 16er. In den Fuß. Zweiter Fuß. Weiter, 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 nachgehen. Team Pressing, Team Pressing dranlassen. Rese Zentrum, Zentrum, Abel, Abel. Schön, ich habe die Strecke. Immer Mittellinie, immer Mittellinie. Schönes Kreispiel. Guck mal, den Ballspiel da ist. Oh, letztes Fußball, letztes Fußball, letztes Fußball. Mach ihn, mach ihn. Oh, guck, mach ihn. Komm, zurück, komm, zurück. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, wie, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh. Hä, wie gut spielt er hier. Wie stark? Super, super. Wie gut spielt er hier. Bravo, bravo. Wirklich, warum heißt unser Team Prinz Sommer? Ja, wir sehen aus wie die Lukas on the block, also. Gut. Oh, gar kein Ding. Wir haben sie, wir haben sie. Ey, der hat auch schon gelb. Mittellinie. Hier, Verteilung, Mittellinie. Super Ball. Niki, komm, bis zum Vorsitz. Super Pass. Frittenfried, wir spielen gegen Ammonenten. Oh Gott, was war mit der IV los? Nährlich. Nährlich kommt hinein, Digga. So eine Knechte, ich fühle. Ey, da haben sich so viele vorbereitet jetzt. Digga, so eine Knechte. Wir kommen über die Offensive. Immer über die Offensive kommen, wichtig. Digga, deren Team heißt Elias Nährlich. Komm Niki, Mittellinie, Mittellinie. Guck mal da ganz unten, sehe ich doch. Kein Problem, kein Problem, ich bin da. Habe den Ball, habe den Ball, habe den Ball. Römer, 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 Römer. Römer, 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 Römer. Römer, 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 Römer. Um mal den spielen. Verlagern, zurück. Digga, ich bin dafür, dass... Digga, lass uns mal bitte im nächsten Spiel so nennen, wie wir auch heißen, sonst komme ich voller durcheinander, wer wer ist. Komm mal zum Ball gehen, Mo, was machst du damit, Fans? Trotzfried, geht runter, dann. Komm mal runter, geht. Römer, ruhig, 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 ruhig. Ja, 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 gar kein Problem. Siehmals, 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 meine. Und los, und los, und los, und los. Der Zucker keine Gänse. Der Fährerkette bist schon mittlinie. Der Fährerkette bist schon mittlinie. Gut so, Herr Chef, wichtig. da nicht sein konnte ganze flanken lassen also die ganzen flanken lassen und mittel gut 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 hier mit weiter runter ist das auf oh mein gott das ist wunderschön ruhig ruhig es reicht aus es reicht aus es reicht aus smaxi nächstes mal nochmal rüber einfach callen ich bin da links verteidiger super pass richtig guck mal wie nervös ich mach breit gute ball wichtig wichtig zurück zurück nur mitlaufen neuerlich um zwei da kein problem unser ball ah gesehen kommt oh mein gott ist ja gut gespielt alles gut ja 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 Tschüss. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Reichsschser? Eieieieieiei. Super erste Halbzeit von mir. Super erste Halbzeit, ich bin da. Ohne Offensiv, Defensiv, ich bin da. Weißte, ich bin da. So, jetzt mach mal weiter, weiter, weiter. Dreiecke bin, Dreiecke bin. Auf Deckung, statt rauskommen. Ich mache den Ball, ich passe den Ball. Setz mal da ein Zeichen einer. Gar nichts, gar kein Problem. Ah, scheiße, bin ich langsamer. Alles gut, alles gut gegen Nehrlich. Alles gut. Gut vor. Ja, ne, ne, war geplant, war geplant. Gut vor. Hab ich. Guck mal, ganz oben. Spielergeschwürden. Wichtig. Spielergeschwürden. Spielergeschwürden. Spielergeschwürden auf Mittellinie, komm. Ja, 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 ja. Sind, sind, wir bleiben. Direkt. Ja, rechts rüber, sehr schön. Wichtig, gut so, schön. Guter Ball. Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Ich bin da, ich bin da. Komm mal hier, Mo. Komm mal hier, Mo. Jetzt aber. Oh. Oh, Moment. Glücklich. Mach mal. Gut so. Guck mal. Alles gut. Oh, oh, oh. Aufpassen, diagonal. Haben wir. Ach komm, der hat doch, der hat, nee. Oh mein Gott, Alter. Oh, mach mal verpasst. Fürs Team. Fürs Team. Fürs Team. Das ist gut erledigt. Du kriegst die Prämie auch so. Die Prämie ist direkt. Aufpassen trotzdem. Oh, guck mal. Oben rechts, oben rechts meiner. Oben rechts meiner. Eine oben, eine oben. Ja, ja, hab ich hier. Nichts passiert hier. Wer war raus? Jawoll. Was macht du denn überhaupt? Ja, 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 ja. Tento, Tento, Tento. 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 Es ist schwierig, aber. Ja, es ist schwierig. Ihr seid auch relativ klein. Ja, hab ich. Jungsangebot. Ich bin direkt umverlückt. Ich kann's. Ich krieg's. Wir müssen zurück. Ach Gott, die kann man schlagen lassen, ey. Da kann ja gar nix, ey. 73 Minute. Wir haben ganz viel Zeit. Hab ich dabei. Ich hatte noch. Du hast es noch. Händen wieder. Hier. Oh. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich komm kurz. Ja. Ja. Bravo, bravo, bravo. Oida, oida, oida. Oben? Willi, mein Gott. Willi, porqué? Willi, porqué? Ja, ja, meine Hand ist oben, Männer. Meine Hand ist oben. So einfach. Deiner! Oh mein Gott. Der Lichtzieht. Ei, 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 ei. Kannst mich abschmeilen? Ja. Ist es scharf? Ja, ja. Ja, komm, Junge. Weiter, weiter, zweiter Ball. Und noch. Oh. Ist es scharf? Das ist scharf. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Müssen wir, müssen wir. Gut, schön. Weiter nach vorne, nicht kurz passen. Sonst pfeift er ab. Muss einfach lang reinbringen. Okay, voll nein. Alle vor, alle vor. Weiterleiten. Ja. Gott, ey. Da ist der Sieg. GT, GT. Ganz wichtig. Kannst du eins sagen, Männer? Willi, man of the match. Willi, super. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ganz wichtiges Spiel, Jungs. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich muss persönlich sagen, ich bin stolz auf meine Leistung. Ich habe mir ein halbes Tor geschossen. Ich habe mir Vorlage gegeben. Bastel. Das siehst du halt wirklich. Das siehst du halt wirklich. Ich kann den Linksverteidiger. Ich kann die Linksverteidiger. Ich kann die Linksverteidiger.